Top 4 – Die besten Produkte für unterwegs, einschließlich der Mepal Salatbox Ich bin total begeistert von meinem neuen Mepal Thermo LungeBot. Ich habe lange nach einem Behälter gesucht, der mein Essen warm hält und den ich einfach mitnehmen kann. Der LungeBot hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Das Design in schwarz gefällt mir sehr gut und er passt perfekt in meine Tasche. Ich kann meine Suppe oder mein Mittagessen ganz einfach in den zwei Behältern transportieren und sie bleiben super warm. Ich kann den LungeBot absolut weiterempfehlen. Ich habe die Mepal Bento LungeBox in der Farbe Nordic Green in der Midi-Größe ausprobiert und bin begeistert. Die Fächer bieten genug Platz für bis zu vier Butterbrote und weitere Snacks. Das Material TPE PP ABS ist robust und leicht zu reinigen. Ich finde es besonders praktisch, dass die Box in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Der Verschluss hält die Box dicht und die nordische Farbe gibt ihr eine ansprechende Optik. Insgesamt eine tolle Option für unterwegs oder die Arbeit. Ich liebe meine Mepal Multischale. Es ist perfekt für die Aufbewahrung von Resten und für das Mitnehmen von Mahlzeiten. Es ist luftdicht und hält meine Lebensmittel frisch. Ich kann es auch in der Mikrowelle verwenden und es ist sehr einfach zu reinigen. Die Farbe ist wunderschön und passt gut zu meiner Küche. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie nach einer langlebigen und funktionalen Aufbewahrungslösung für Ihre Küche suchen. Ich bin wirklich begeistert von der Mepal Multibowl Circular Rectangular Vorratsdose mit Deckel. Dies ist das perfekte Werkzeug für alle, die gerne ihre Lebensmittel luftdicht aufbewahren möchten. Ich liebe die Tatsache, dass es sich um eine Mikrowellenschüssel handelt, denn das bedeutet, dass ich meine Mahlzeiten schnell und einfach erhitzen kann. Die Fähigkeit, das Gerät im Kühlschrank aufzubewahren, ist auch sehr nützlich. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und ich denke, das Design sieht sehr schön aus. Alles in allem ein großartiges Produkt, das ich jedem empfehlen würde, der nach einer hochwertigen Vorratsdose sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.